hallo ihr lieben heute gibt es mal wieder acrylic pouring mir war mal wieder so und ich hatte jetzt lange nicht gemacht ich habe zwar noch ein zwei drei videos vorgedreht aber das hier ist wirklich ganz frisch gedreht und weil ich das ergebnis so schön fahren dachte ich mir will ich euch das so schnell wie möglich zeigen und da ich das andere projekt was ich gerade mache noch nicht zeigen darf das kann ich euch erst im august zeigen weil ich das einer freundin schenken möchte beziehungsweise freundin und ihrem mann und dementsprechend müsst ihr leider noch warten weil auch sie schaut immer mal wieder meine videos und dementsprechend ein klein wenig geduld noch aber ich persönlich finde es schön und also dementsprechend gibt es heute acrylic pouring ich mache im schnell durchlauf das anmischen ich habe für mich gerade mit dem weiß wie gesagt aber es ist gott sei dank jetzt alle es ist für mich ein segen weil dieses weiß war für mich die hölle weiß nie so schön hinbekommen habe und habe es jetzt also dementsprechend aufgebraucht aber es gibt unheimlich viele tolle andere farbige farben es gibt bestimmt auch größere flaschen davon will ich gar nicht sagen aber für mich ist es jetzt aktuell eben noch immer diese größe die kleineren flaschen ich habe auch von den farben jeweils immer das komplette genommen weil das bild was ich mache ist 30 mal 40 dementsprechend brauchte ich natürlich auch so ein bisschen farbe damit auch alles schön bedeckt wird und genau wie gesagt mit dem weiß habe ich ein bisschen gekämpft da habe ich die weiße acryl farbe genommen plus fluid und hier bei den farben nehme ich immer noch ein schluck vom silikon öl mit dazu ich habe mich mit der flasche ein bisschen schwer getan muss ich mal dazu sagen weil irgendwie wollte die nicht so wie ich wollte also musste ich kreativ werden und ich glaube dass manchmal mini müh zu reingekommen aber ich hoffe dass ich da demnächst eine lösung für habe und bei den nächsten bildern nicht mehr kreativ werden muss in dem punkt zumindest ansonsten natürlich immer kreativ und genau mein gedanke war dass ich nämlich ein mit so rego regenbogen farben mäßig arbeite ich habe so ein bisschen geschaut wie ist so dieser regenbogen von den farben her aufgebaut und habe dann so ein bisschen in meinem repertoire geschaut welche farben habe ich und habe mir die dann so dementsprechend zusammengestellt und das ist eine mischung aus metallik farben neon farben normalen farben und also da braucht man auch gar keine scheu haben einfach ausprobieren und ich finde acrylic pouring ist halt auch so ein unglaublich schönes hobby wo man einfach mal machen kann und nicht irgendwie darüber nachdenken muss wie muss ich das jetzt irgendwie machen oder so ich habe eine lange zeit immer wieder nur diese flip cup technik gemacht und das habe ich jetzt nicht gemacht diesmal also lasst euch überraschen ich finde das ergebnis wie gesagt sehr sehr schön und es gibt ja noch unglaublich viele andere techniken und ich sehe immer bei einer youtuberin ganz tolle sachen die ich aber so bisher noch nicht mich getraut habe auszuprobieren aber irgendwann kommt auch das und wird mich da so ein bisschen austoben aber wie gesagt jetzt hatte ich es immer noch nicht ganz so und dadurch genau während ich noch mische ich habe es glaube ich beim letzten mal weiß ich gar nicht bald gesagt weil ich relativ wenig beim letzten mal gesprochen habe falls ihr meinen kanal gerne abonnieren wollte freue ich mich natürlich sehr drüber wir sind aktuell über 300 und für mich natürlich eine unglaubliche freude dass da menschen gerne den kanal sehen nicht jeder guckt jedes video das ist auch vollkommen okay wie gesagt auch abonnieren ist überhaupt keine pflicht oder ähnliches sondern ist einfach nur ein ein zeichen dass man das was ich gerade gemacht habe eben schön findet und wie gesagt nicht jeder muss jedes video schön finden oder jede technik ich probiere ja unheimlich viel aus ich werde auch demnächst wieder ein bisschen was dann noch ausprobieren aber es gibt halt auch techniken die ich sehr lieben gelernt habe eben halt wie das acrylic pouring das epoxy tarts auch das mache ich halt nur als hobby mir hat letztens einer unter einem kommentar unter einem video geschrieben ich soll doch auf die in die umwelt achten weil das ja auch sondermüll ist ich achte sehr auf die umwelt ich schaue natürlich immer sehr drauf erstens becher öfter nutzen ihr seht ja oft eben erstens dass ich die becher öfter nutze aber eben halt auch wenn ich neue becher habe dann habe ich sie aber auch wirklich so hingeranzt dass ich sie nicht noch mal nutzen möchte und dementsprechend also ich schaue sehr gut dahin wie oft ich die materialien nutze und deswegen nur so als kleiner hinweis ich habe da auch drauf geantwortet und epoxy tarts ist eine chemikalie das wissen wir alle oder hoffentlich wissen wir das mittlerweile alle und dadurch ist das natürlich halt eben auch was wo man gut drauf achten muss ist wie beim acrylic pouring bitte die farbe farbreste nicht in den abfluss werfen auch das ist nicht gut damit macht ihr euch den abfluss kaputt und gerade wenn die farbe drinne hart wird und ähnliches so viel kann man da gar nicht nachspülen dass das gut wäre und ins grundwasser dann eben auch kommt und also bitte da dann auch drauf achten und genau und hier seht ihr jetzt meine weiße leinwand ich habe es grundiert mit einer weiß es hat nicht bei mir so ganz funktioniert ich hatte jetzt aber auch meinen spachtel nicht gefunden womit ich es halt besser verteilen kann also falls ihr da irgendwie eine bessere technik habt nutzt diese gerne dafür es macht sich wesentlich leichter wenn ihr einen ordentlichen spachtel habt um die grundiermasse die das weiß zu verteilen es ist auch wie gesagt nicht so schön verlaufen wie gesagt das weiß ist für mich eine katastrophe gewesen ich habe jetzt ein ganz neues weiß in meinem schrank stehen und ich habe große hoffnung da drauf dass das besser wird und genau die anderen farben sind unheimlich flüssig die sind auch direkt fürs akrylic pouring geeignet steht auch drauf dass es fürs pouring ist und dementsprechend ist es für mich zumindest von der flüssigkeit auf jeden fall immer super klar schön wäre wenn ich manchmal größere flaschen habe weil ich dann einfach besser noch mal schauen kann wie ich das verteile weil mir oft die farben bisschen alle gehen und dann eben halt das nicht so gut auf dem bild passt weil mir einfach zu wenig farbe ich mir selber angerührt habe und genau aber auch dafür will ich irgendwann eine lösung finden im moment ist das ja für mein hobby wirklich gut und dann habe ich jetzt die farben vom regenbogen sage ich sehe jetzt mal der reihe nach aufgetragen immer schritt für schritt immer nacheinander eben halt darunter dann wieder gesetzt und ich habe es jetzt auch in echtzeit formen das anmischen habe ich ja in schnelleren form gemacht und jetzt das gießen mache ich aber in echtzeit also dementsprechend ist es genau so lange wie wie ich es dort zeige und wie gesagt ich mag die farben halt sehr sie sind halt sehr leucht kraftmäßig sehr gut und und dadurch kann ich es halt auch immer nur empfehlen da halt genau hinzugucken ich habe schon mehrere firmen jetzt gehabt und es gibt farben die ich da habe ich leider ein bisschen schlampig geguckt da war dann transparent aber auch die habe ich jetzt eine ganz gute art und weise jetzt gefunden wie ich damit umgehe und dementsprechend werde ich euch das bestimmt auch demnächst noch mal zeigen wie es dann eben mit so einen transparenten farben dann umgehe das ist wie beim epoxy tarts ich arbeite im moment viel viel lieber ja mit dem pulver pigmenten als mit pasten da hat auch jeder unterschiedlich ist es auch wie mit dem epoxy tarts jeder hat eine unterschiedliche lieblingsmarke mit der arbeitet ich arbeite lieber mit resinen vor dekor ich werde bestimmt auch mal was anderes ausprobieren aber aktuell jetzt seit zwei jahren oder anderthalb habe ich eigentlich immer nur resinen vor dekor genommen einfach weil es für mich auch einfacher ist ne also ich bin ja auch manchmal ein bisschen faul und da ist es einfach eine eins zu eins mischung ich brauche mir keine gedanken drüber machen von welchen teilen brauche ich jetzt mehr und genau und ihr seht schon ich habe jetzt alles farben soweit aufgetragen klar schimmert das weiß auch durch ist aber vollkommen okay und dann nehme ich mir zwei silbertücher was auch immer ihr könnt auch so eine dünnen abwaschtücher nehmen es gibt ja diese spültücher die sehr dünn sind auch die könnt ihr jetzt super dafür nehmen da werde ich bestimmt demnächst mal versuchen bei der einen youtuberin gibt es blümchen die sie da immer macht und dementsprechend werde ich das bestimmt auch mal ausprobieren so und dann gehe ich immer je nachdem ich bin dann zum teil weil dann sehr viel die dunkleren farben prägnant waren bin ich dann auch noch mal von oben nach unten gegangen und damit einfach so ein bisschen mehr möglichkeiten dort sind und wie ihr auch seht ich liebe ja dieses diese zellbildung die sich da macht ich habe leider da oben ich weiß nicht ob ihr das seht beziehungsweise oben nicht von hier aus jetzt gesehen links unten die ecke die hat mich so ein bisschen genervt irgendwie dann später aber ich werde sie wahrscheinlich vielleicht mache ich mir einen rand den ich dann male muss ich noch mal gucken wie es dann aussieht wenn es getrocknet ist ob sich da noch ein bisschen was macht dann bin ich mit dem feuerzeug rübergegangen bitte mit feuerzeug bei kindern oder wie auch immer bitte immer schön vorsichtig sein ich bin auch relativ schnell immer drüber gegangen und habe auch zwischendrin noch mal ausgemacht und genau also dementsprechend aber durch die wärme entsteht noch mehr so ein bisschen da werden noch mal ein paar zellen noch mal herausgebildet und aber wie gesagt ich liebe das ergebnis ihr seht jetzt gleich noch mal ein foto dann davon und genau ansonsten ich hoffe euch hat es auf jeden fall gefallen und ihr seid nächsten sonntag wieder mit am start und ich weiß nicht wenn ihr vielleicht fragen habt oder falls ich euch irgendwie noch mal was zeigen soll was ihr vielleicht nicht richtig gesehen habt gerne bescheid sagen und mir in die kommentare rein schreiben dann zeige ich euch das gerne auch noch mal genauer ich versuche ja bestimmte schritte wirklich immer nach und nach euch auch mitzunehmen also nicht irgendwie also auch beim farben mischen damit ihr seht so mache ich es und so nicht und weil ich glaube es bringt nichts wenn man einfach nur zeigt ich mache das so und eigentlich ist nicht klar irgendwie was ist zum beispiel drin ich wusste zum anfang nicht was beim akrylik poring dass da noch silikonöl mit reingehört und dadurch versuche ich euch das natürlich so genau wie möglich zu zeigen und also dementsprechend habt ihr fragen dann schreibt gerne rein und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen sonntag und wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder bis dann tschüss